Die Massen begeistert. Für Mono war es die Premiere seiner Welt-Tournee, für seinen Überraschungsgast wohl der Auftakt zu einer echten Welt-Karriere. Das meinen zumindest viele Branchen-Insider. Bei der After-Show-Party sagt... Tony, it goes me. Nacht? Katie? Achso, du bist's. Hör mal, yeah. Vielen Dank für alles. Und achso, keine Sorge. Frühstück geht jetzt natürlich auf mich. Frühstück geht jetzt auf mich. Untertitelung des ZDF, 2020